Wir sind heute hier in Salotto 1828 in der Opernstraße 2 im Herzen von Kassel. Salotto bedeutet Wohnzimmer auf Italienisch und damit wollen wir den Leuten dieses Lebensgefühl transportieren, unseren frisch gerösteten Kaffee zu trinken und unsere Panini Spezialitäten, unseren frisch gemachten Kuchen zu genießen. Damals als wir hier nach Kassel gekommen sind und ich den Laden das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das muss unser Laden werden, also das alte Gebäude ganz einfach, hohe Decken, mitten im Zentrum oder im Herzen von Kassel und das war unser Braumoment.